Zwar ist ein Ende für »Bahres für Rares« noch nicht in Sicht, doch nun spricht Horst Lichter in einem Interview über seinen Abschied. Am 13. August ist es tatsächlich soweit. Moderator Horst Lichter, 61, feiert gemeinsam mit den Zuschauern innen das zehnjährige Jubiläum von »Bahres für Rares« mit einem großen Special ab 10.15 Uhr im ZDF, bei dem der Moderator seine Lieblingsstücke aus zehn Jahren »Bahres für Rares« vorstellt. Und natürlich gab es in der zehnjährigen Geschichte der beliebten Trödel-Show auch die eine oder andere Kuriosität sowie das eine oder andere überraschende Sammlerstück, das zunächst niemand auf dem Schirm hatte. »Horst Lichter«, deshalb äußert er sich zu seinem Nachfolger bei »Bahres für Rares«. Doch was wäre »Bahres für Rares« ohne den charismatischen Star, der seit circa zehn Jahren die VerkäuferInnen empfängt und letzten Endes auch das Herz? Und die Seele der Show bildet? Tatsächlich hat Horst Lichter in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass die »Bahres für Rares« Familie für den Moderator fast wie eine eigene Familie ist. Und der Erfolg gibt den Verantwortlichen recht. Kaum eine Sendung verbucht derart konstante Erfolge im Nachmittagsprogramm wie die ZDF-Trödel-Show. Und im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zum zehnjährigen Jubiläum der »Show« erklärt Lichter auch das Erfolgsrezept von »Bahres für Rares«. »Sehen Sie sich die heutige Medien- und Fernsehlandschaft doch mal an. Da geht es ja eigentlich nur noch um Skandale, Mord und Totschlag.« Oder »Die Kandidaten von Shows werden verhohne piepelt. Wir dagegen zeigen unserem Publikum, dass es in der heutigen Zeit auch noch eine Welt geben kann, in der wir alle normal sind, einfach und echt. Trotz des großen Erfolgs spricht Lichter im Verlauf des Interviews jedoch erstmals auch über seinen Nachfolger. Und das hat natürlich auch einen logischen Hintergrund. Schließlich ist der TV-Moderator 61 Jahre alt und wird vermutlich früher oder später auch in seinen wohlverdienten TV-Ruhestand gehen. Doch daran will Horst Lichter erst einmal nicht denken, wann er tatsächlich vorhat bei »Bahres für Rares« aufzuhören. Macht er so fest. In dem Moment, wo mir das keine Freude mehr macht, werde ich mich um einen Nachfolger kümmern. Aber es macht mir so viel Spaß. Die Zusammenarbeit ist fast familiär. Da denke ich noch lange nicht ans Aufhören.